All right, all right, all right, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Heute mit am Start wieder Uwe Isabel. Leute, ich kann gar nicht mehr reden, ne. Auf jeden Fall, wir zocken wieder ein paar ganz entspannte Runden-Duos. Ganz chillig, Leute. So wie man es von uns hat gewohnt, das ist, ne? Ich sie jetzt reinkam, oder? Ich glaube, ich hoffe, es ist gut. Nein. Bluten. Weil das Mikro rot ist, Leute, ich verstehe das gerade gar nicht. Isabel, kannst du mich denn noch hören? Da müssen wir jetzt mal austesten, Leute. Jep. Ich glaube, dass das Mikro rot ist, das heißt nicht unbedingt was. Ich glaube, das ist auch nur ein Bug. Ich glaube, das ist ein Bug. Warum? Ey, Mann, ey. Hau das Zeug hier weg. Scheinlich. Oh Gott. Jetzt bin ich höchst gescheit. RIP. Na gut. Jetzt heht ab, Mensch. War mehr Heilung. Wo kann ich es hier runterkommen? Weil, wenn die Eltern ins Zimmer kommen und dann wieder aufmuchen, Alter. Ist natürlich immer Sky in Stimme. Ja. Was ist überhaupt hier alles? Ja, wenn ich das zerstöche. Was ist das? Oh, eklig. Mh, Mann. Dieser Sprayer, Mann. Ja. Ja, er muss mich extra noch eintöteln, damit er mich zukehlen kann, damit er was hinkriegt, Alter. Ich glaub's nicht. Karma. Was für Schwitzer schon wieder unterwegs sind. Ich glaub's ja nicht, Alter. Ist da die Karte hier? Geht was's. Mach er der Digi." Komm ist ... Isabel. Ich muss dann nachher kurz weg. Ich muss kurz Wäsche unterbringen. Darb meine Mutter aufhört, hier so einen Aufsstand zu machen. Wie verhindert konnte ich aufgebaut werden? Was? Ich habe das Gefühl, wenn man die ganze Zeit nur gehen muss... Alter, was für Party-Connect... Ich verstehe gerade gar nicht, was los ist, Leute... Isabel haut es immer wieder raus, ich verstehe nicht warum... Es ist so dumm... Es ist so dumm, dass es die ganze Zeit passiert... Oh Gott... Ich bin so müde, Leute... Weiß ich auch nicht... So, jetzt warte kurz, Isabel, ich komme gleich wieder... Ich mache das kurz schnell und du schaust mal, was mit deinem WLAN los ist, ne? Ich bin gleich wieder da... Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pertier und Corona-Fdessus, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn da alles? Ah Leute, das hört scheiß drauf. Guck mal, wie es da nachher, nach dem Game kommt. Glaube ich. Ich weiß nicht, was ich möchte. Hey. Ja. Ah. Ah Leute, jetzt bin ich halt in einem anderen Team, aber bin juckt. Nein. Das ist in einem Team. Hopp. So. Hey, Herr Lama, der Ehrenmann. Als ob der da ist. Lul. Ich arme, du Ehrenbruder. Komm, nimm auch was. Isabel. Hm? Auch was. Hey, bin ich so fies. Ich sage schon gerne, ja, nimm doch auch was. Ganz ehrlich. Ich brauche ja nicht nur alleine die Mets und so weiter. Und den Schild bauen die Mets auch. Das wäre mir zu egoisch. Das ist nicht schuld. Let's go. Redes kann mann keine Metschernisere. Die Metschernisere. Das war's für heute. Das war's. Let's go. So, let's get a little hit here. Da kommen Gegner Ist der Richtung Ja die kommen Ja die kommen Ja die kommen Ich will dich wieder zurück Isabel Ich will dich wieder zurück 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 Isabel komm mal her Ich will dich wieder zurück 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 Das war's. Oh mein Gott, aus der Richtung kam das Vom Dach, glaub ich gut Okay, ich hab ihn Geh 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 Let's go, lady. Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Umboi geklingere Agbra? Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Äh, war ich hab' das. Ich hab' das hier. Ich hab' das. Ich habe das. Vorsicht, das sind Fächer Das sind Fächer Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020